Sind die Probleme bei der Lufthansa noch größer als gedacht? Muss noch mehr gespart werden und wenn ja, wo? David Hartmann von von Tobi. Das hatte sich die Lufthansa ja eigentlich etwas anders vorgestellt. Sie hatte bis Jahresende eine Auslastung von 60 Prozent erwartet. Jetzt werden es wohl doch nur Corona-bedingt 40 Prozent. War ja schon klar, 100 Flieger werden dauerhaft außer Dienst gestellt. Müssen das jetzt noch mehr werden und muss man dann weiterdenken, dass die entsprechende Zahl an Personal, Kabinenpersonal, dann auch mit sozusagen abgebaut werden muss? Ja, es sieht derzeit zumindest so aus, als würden die bisher angestrebten Einsparmaßnahmen wohl leider nicht ausreichen. Die Lufthansa-Führung hat sich eben auch in den vergangenen beiden Tagen auf Sardinien zurückgezogen, dort Krisengespräche geführt. Details sind derzeit noch nicht an die Öffentlichkeit gelangt, aber hinter vorgehaltener Hand spricht man eben davon, dass dort eben auch Extremszenarien durchdacht wurden. So wird zum Beispiel berichtet, dass ein Stellenabbau von bis zu 40.000 Stellen, das würde derzeit 30 Prozent der aktuellen Belegschaft betreffen, zumindest durchgespielt wurde. Und das deutet eben darauf hin, dass die Lufthansa doch die Sparmaßnahmen massiv ausweiten muss. Wenn wir uns das erste Halbjahr anschauen, dann gab es 61 Prozent weniger Flüge, 66 Prozent weniger Passagiere, aber nur 6 Prozent weniger Mitarbeiter. Und das heißt, dass die Lufthansa trotz der Corona-Hilfen, der Staatshilfen immer noch eine halbe Milliarde pro Monat verbrennt. 22.000 Stellen sind da schon auf der Kippe, das war schon kommuniziert. Wenn man jetzt aber mal international schaut, die amerikanischen Airlines, die haben deutlich mehr Personal abgebaut, Stellen abgebaut, Ryanair zum Beispiel, aber verhältnismäßig wenig. Wie ordnen sich da so die Zahlen der Lufthansa ein? Ja, dass die Rechnung der Lufthansa eben nicht aufgehen kann, das liegt ja auch auf der Hand. Wenn einem Unternehmen eben bis zu zwei Drittel der Umsatzquellen einbrechen und man aber auf der anderen Seite nur 6 Prozent der Kosten einspart, dann entwickelt sich dort relativ zügig ein defizitäres Geschäftsmodell. Und so bitter, wie es dann eben auch für die im Einzelfall betroffenen Angestellten ist, man wird nicht da rumkommen, um den Jobabbau eben weiter voranzutreiben, um somit den Fortbestand des Unternehmens zu sichern und somit auch die Arbeitsplätze, die dann verbleiben werden, eben auch für die Zukunft zu sichern. Nun ist klar, 9 Milliarden Staatshilfe reichen nicht, obwohl Deutschland jetzt Lufthansa Aktionär geworden ist. Und eigentlich sollten diese Gelder ja bis Ende 2023 zurückgezahlt werden. Ist das jetzt überhaupt noch realistisch, zumal ja diese Low-Cost-Airlines angekündigt haben, dass sie den Wettbewerb forcieren werden, dass sie sozusagen um jeden Passagier kämpfen werden, dass insbesondere Ryanair da keinen Millimeter zurückweichen wird? Und auch die Lufthansa hat ja Billigflieger. Ja, es scheint zumindest ein sehr ambitioniertes Ziel und keiner weiß derzeit, wie das eigentlich erreicht werden soll. Es ist so, dadurch, dass der Geschäftsbetrieb bzw. das Geschäft mit Dienstreisen eben nahezu zusammengebrochen ist, will man sich kurz bis mittelfristig eben auf das Privatkundengeschäft fokussieren. Man hat irgendwie auch keine andere Wahl. Da steht man eben aber vor dem Problem, man spricht hier gerade das Kundensegment an, das am preissensibelsten ist. Und somit dürfte sich eben der Wettbewerb mit den Billigflug-Airlines eben in Zukunft noch massiv verstärken, was eben für die Lufthansa jetzt auch keine positiven Nachrichten sind. Wir haben ja gerade mit dem Crash im März gesehen, wie vor allem diese konjunktursensitiven Aktien unter die Räder gekommen sind. Lufthansa hat die Hälfte des Wertes eingebüßt und erholt sich auch nur sehr, sehr marginal. Wie prognostizieren Analysten die Markterholung im gesamten Segment? Wie kann man da unterscheiden zu anderen Airlines? Und was sagen Analysten zur Kursentwicklung auch in der Lufthansa-Aktie im Vergleich zur Pirgo? Ja, es ist zumindest sehr auffällig, dass die Analysten der Lufthansa-Aktie gegenüber besonders negativ eingestellt sind. Also eigentlich alle Analysten prognostizieren derzeit Kursverluste in der Aktie. Und besonders auffällig ist dann eben der Vergleich zu amerikanischen Airlines. Dort sind die Analysten wesentlich positiver eingestellt. Seit geraumer Zeit werden dort eben schon wieder diverse Kaufempfehlungen herausgegeben. Und das deutet einfach daraus hin, dass eben diese Analysten diesen massiven Stellenabbau der US-amerikanischen Airlines eben honorieren und sagen, diese Unternehmen haben richtig auf die Krise reagiert, haben die Kosten massiv eingespart. Und diese Unternehmen sind dann eben auch im Vergleich zur Lufthansa besser auf die Herausforderungen, die dann in den kommenden Monaten eben auf die Airlines warten, besser gerüstet und werden dann sich dort eventuell durchsetzen können. David Hartmann, vielen Dank. Vielen Dank. Ja, amerikanische Airlines haben offensichtlich die Krise besser genutzt als die deutsche Lufthansa, haben mehr Stellen abgebaut und sind jetzt in der Analystenmeinung etwas positiver aufgestellt. Weil derzeit halten die meisten Analysten die Lufthansa-Aktie für relativ negativ besetzt, die auch erheblich in der Krise an Wert verloren hat. Weitere Stellenstreichungen sind nun nicht mehr ausgeschlossen. Vielen Dank. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020